Guten Tag und willkommen zu der nächsten Mission von Battlefront 2. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, das war's. Folgen Sie mir bitte. Äh, sollten Sie nicht mehr folgen. Du bist immer noch eine Mission bis jetzt nach Ausbruch. Und ich bin immer noch General. Bitte. Folge Ihnen. Ja, freut mir. Da, ein altes Fließmarkt. Darauf hat das Imperium AT-80s montiert. Sie klemmt. Wir kommen nicht rein. Wenn wir das Fließband starten, müsste es uns reinbringen. Ja. Hier. Steigen Sie ins Cockpit. Sehr gut. Hey, äh, würden Sie bitte... Ihr Umhang ist im Weg. Ich weiß. Schon mal was von Privatsphäre gehört? Aber dafür umso mehr für Stil. Sehen Sie das? Diese Anlage ist gar nicht verlassen. Sie ist voll in Betrieb. Okay. Wir stillen die Waffen und legen die Fabrik still. Gar kein Problem. Das haben Sie über Hanson Lusettung aus Jabba's Palast auch gesagt. Wir kriegen das hin. So wie immer. Wenn Sie dabei sind, wird einfach nie etwas nach Plan. Da. Das ist das Hauptverlangen. Dort könnten wir die Fabrik abschalten. Wir müssen nur an den Sturmtruppen vorbeikommen. Kein Problem. Ach, du und ich wie dein Einsatz. Das vermisst du doch auch. Ich vermisse das überhaupt nicht. Da wären wir so ein Glück. Okay. Gehen wir zum Hauptterminal und schalten den Strom. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Wir haben sie gesehen. Beide, ich haut in die Tür. Wir haben sie fest. Wir haben sie schwere Waffen. Das ist ja voll der OP. Sie wissen schon, was Sie tun, oder? Ja, natürlich. Unautorivierte Eingabe entdeckt. Sicherheitsabregelung eingeleitet. Schön. Für mich war das ein Ausschaltknopf. Okay, neuer Plan. Das Ding läuft mit Lava, oder? Ja. Warum? Was haben Sie vor? Improvisieren. Such uns einen Weg hier raus. Ich will nur möglichst weit weg von Ihnen. Das ist ein schwerer Schütze. Das ist Deckung. Das ist ein schwerer Schütze. Ah, hier. Hallo, Jungs. deutsche Lava-Systeme bei 100% und Pumpen in Betrieb. Überwachen Sie bitte Ihre Stabilität, um katazophale Überflutungen zu vermeiden. Diese Lava-Pumpen sind genau das Richtige. Lava-Systeme bei 100% und Pumpen in Betrieb. Lava-Systeme bei 200% 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 und Pumpen in Betrieb. Sie fluten die Fabrik mit Lava? Nein, ich lege sie lahm. Mit Lava. Was ist mit den Waffen? Halten will sie für die Republik. Ich entschuldige mich später. Diese Waffen sind nichts für das Terium. Achtung! Lava-Nierstein! Produktionsblock A und B. Neuverfonds evakuiert werden. Achtung! Produktionsblock B ist geschmolzen. Fertig um den Waffen zu sehen. Ich bin schon wieder falscher Rücken. Auf dem Weg. Nein! Shit! Okay, war doch richtig gerichtum. Fertig um den Weg. Fertig um den Weg. Fertig um den Weg. Fertig um den Weg. Warte mal. Wenn ich den Kampfläufer richtig aufstelle, müsste ich rüberkommen. Fertig um den Weg zu kommen. Ach da. Der Knopf war's nicht. Vielleicht der hier? Der Knopf war's nicht. Der Knopf war's nicht. Aber ich habe keine Zeit für sowas. Ah! Das sollte reichen. Schwerf, hast du was für uns? Neuer Plan. Wir treffen uns hinten an dem Fließband. Hören Sie, ich gehe hier enorme Risiken ein. Schwerf, ich könnte dich küssen. Wollte einzeln fahren. Rot rüber, ich werde fahren. Das wird bestimmt lustig. Hin zum Shuttle. Bringen Sie uns in eine erhöhte Position. Ähm, was soll ich tun? Sag, Aiden, wir sind bereit zur... Blablabla, okay. Erholung, mit Vergnügen. Aiden, es ist an der Zeit. Gut, wie viele Waffen laden wir ein? Äh, 0? Wir haben sie eingeschmolzen. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Duras und ein lächerlicher Mann mit Opa. Wir haben Interessante, was in Ihren Paragraphen ist. Eilen? Eilen, sind Sie noch da? Perfekt. Was war das? So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Der Vulkan wird ausbrechen. Stimmt's? Ach, sagen Sie es mir nicht. Ich lasse mich überraschen. Ich denke, was Trends war, Bande. Hör auf! Wenn dieser Kampfläufer nicht fliegen kann, sind wir am Ende. Ah, Ende müssen wir, nice. Nicht der erwunderndste Start. Hey, wir leben noch. Da? Wo können wir helfen? Ich hab zwei Notsignale bei Ihrer Position. Wir sehen nach. Das ist eine große Herausforderung. Bamba! Es geht los! Das war's. Okay, das war's. Was ist denn jeder für eine Scheiße in der Hand? Das war's. 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 Und zerstört. Das war's. Das wäre erledigt. Super". Hier ist Commander Aiden Büssel im Kampern-Truck. Hilfe ist unterwegs Captain. Eterno. Die AT-ATs nähern sich der Absturzstelle. Geben Sie uns Deckung. Wir landen bei Ihrer Position. Danke Commander. Uns hat's auf dem Weg nach Carbon Ridge erwischt. Wir bringen Sie hin. Hm. Hier ist der Inferno-Trupp an Starhawk. Wir brauchen einen Orbitalangriff. Hier Starhawk. Inferno, Sie haben Orbitalfreigabe. Markieren Sie Ihr Ziel, dann regnet es Feuer. Orbitalbeschuss, Treffer. Hallo. Wir haben schwere Waffen. Noch ein Treffer, dann war's das für ihn. Feuer nach eigenem Emessen. Da, mehr Inferno-Trupp. Es funktioniert, Inferno-Trupp. Bestätigt. Der AT-AT ist zerstört. Orbitalbeschuss erfolgreich. Noch ein Treffer, dann war's das für ihn. Kampfläufer sind so nah. Yay. Der zweite AT-AT ist zerstört. Mehr können wir leider nicht tun, Commander. Starhawk, sieht weiter. Das reicht, Starhawk. Und danke. Sie haben eine Menge Leben gelandet. Inferno, wir müssen zur Evakuierungszone. Diese Dinger sind zwar noch da, aber du hast eine Menge Leben gelandet. Naja. Geschafft das schon. Ja. Das ist doch der Tag. Alter, dein Ernst. Wo bin ich denn das? Ja. 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 Ah, so. Ja. 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 Alle an Bord. Wir nicht? Ja. Danke. 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 Ey Mülltonne. Fast anders hätten sie Spaß dabei. Ja, aber Kasten. Ja, aber Kasten. Ja. Gute Arbeit. Käpt'n Lindsay und seine Leute nehmen gerade Carbon Ridge ein. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Wie läuft es da oben? Schwer zu sagen, aber... Ich denke, das Imperium passiert. Ich denke, sie haben recht. Ich spüre es. Es ist fast vorbei. Heute... Störm das Imperium. Besser später als nie. Yeah, feierbar. Ja. Ja. Alles klar. Wir haben ein Problem. Der Admiral schickt der Corvus Bomber hinterher. Die müssen erst an uns vorbei. Schalten wir sie aus. Ja, Commander. Aber ich bin, meine Ard. Ich bin eine Bezug. Schäuze. Besserung. 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 Schäuze. Besserung. Bomber beseitigt. Noch nicht. Eine weitere Staffel ist zu uns unterwegs. Mach's gut. Korb ist getroffen. Bomber zerstört. Einer weniger. Mach's gut. Einer weniger. Wer ist der nächste? Wir haben noch eine Thai-Staffel im Anflug, aber da stimmt was nicht. Sie hat direkt einen Kurs auf Sie. Gut. Hallo, Aiden. Hask. Ich wusste, Sie würden die Gelegenheit nutzen. Glauben Sie mir, Sie und Del sind heute meine geringsten Sorge. Hier geht es um mehr als Sie begreifen. Staffel, Angriff! Ich wusste, Sie können die Gelegenheit nutzen. Elka? Egy problem weniger. Ja, köszönöm. Ne, 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 ne! Ne, 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 ne! Das war knapp. Ja, das war mal. Iden? Mir geht's gut, Herr. Ich finde einen Weg hinein. Sie und Schrift folgen dem nächsten Notsignal. Iden, nein, auf keinen Fall. Wir kommen und holen dich sofort. Nein, das ist ein Befehl. Ruide Verbindung trennen. Iden, nein. Guten Tag. Guten Tag. Ich hab nur verstanden, guten Tag. Das stimmt. Festhalten. Er schießt die Rebellen. Haken! Wo bist du denn? Werfen wir an der Seite runter. Da! Der ist wirklich. Da. Wo! Das ist wirklich. Das ist was. Wir müssen mein Vater vom Schiff bringen, bevor es abstürzt. Du musst was hacken, er ist noch da. Ich muss zu der, muss überleben. Wader, Verbindung aufbauen. Da, die Schlitterstürz-Aber. Wir ungemischen. Ich komme da. Nein, nein, nein. Alles klar. Es war Schiff. Ja. Es war Schiff. Untertitelung des ZDF, 2020